ARD Text im Auftrag von funk Er ist jung, talentiert, Kapitän in der holländischen U-Nationalmannschaft, hat in seinem Verein regelmäßig gespielt und von der Seite denke ich mal genau das Richtige, was wir brauchen. Ich denke, es war eine gute Wahl. Ich war auch damals ein paar Mal enttäuscht, dass die Holländer doch nicht so lange hier geblieben sind, wie Van Beuthen und ähnliche. Und ich verspreche mir da schon viel von, weil ein junger Spieler – und das sollten sie auch jetzt endlich mal machen – auf die Jugend bauen und die eben auch dann auch spielen lassen. Das finde ich gut. Es scheint eine gute Perspektive zu haben. Er ist noch jung, kann auch viel Erfahrung sammeln, gerade bei Papadopoulos und Maffrei. Wir sollten mehr in die Jungen investieren, anstatt alle abgesessenen Profis zu holen. Und ich glaube, die drei Millionen, glaube ich, was er ungefähr Ablöse gekostet hat, sind eigentlich ganz in Ordnung. Er ist jung und schon bodenständig und hoffentlich macht er hier so weiter.